ist er ja nicht ordentlich gespawnt möglicherweise Der UA60 könnte theoretisch abheben und mal dieses Gebiet durchsuchen, ob sie den Konvoi finden. Ich setze den Fahrzeugen hier, beide Long Range. Naja, stimmt auch wieder. Dann geben wir auch Long Range auf der 55, korrekt? Korrekt. Long Range Test auf der 55. So, 55 hier ist zu hören. Ja, ich kann halt immer nur einem die Feuerschance geben. Ja, halt einfach ruhig. Okay. Sichtkontakt auf den Truck. Oh, links von der Straße, rechts. Wo ungefähr? Direkt zwischen den Containern läuft einer Wumpel. Äh, ausreichend werden beschossen. Schossen, siehst du nicht. Schossen. Schossen. Ja. Dann Kurswechsel. Ja. 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 Sehr genau. Sehr genau. Sehr genau. Eine Hütte im Norden positioniert. Ich bin schon auf dem Weg dahin. Ja. 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 Sch Brunoorrow, Bereich, her. Ja. Ja. Du musst.... Sehr gut. Fliege? Eine Runde? Helikopter wurde definitiv getroffen. 2 Mali. Okay. Helikopter noch gesund. Hülle gelb. Super stopp. Das ist ein Algenmali. Ich denke auch, ja. Das Fahrzeug, Claudius, ist leider nicht angeschlossen. Fährt jetzt mal durch. Haben Sie noch irgendwo Ihren Kontakt auf Infanterien? Naja, die Effizien ist gerade zurück. Wo ist es gegen hier? Okay. Sorry, sei im Beschuss. Ich werde versuchen runter zu gehen. Glöse geplatzte Panzer. An alle, weiß er rauf von uns. Ich höre die Jungs nicht. Irgendwie hat er gesagt... Irgendwie... Es redet sich wahrscheinlich keiner mit mir. Vorsicht, kommt mal zurück auf die 55. Wir sind nicht mehr genug. Roger. Da hast recht, ja. Du hast recht. Ja, du hast recht. Möchtest du jetzt hier? Ich mach nur kurz ne... Ah! Blue4Winds! Ja! Die können da alles gesessen! Fuck yeah! Nice! Ne, macht Spaß! Ja, war! Mich auch! Jo! Wenn man jetzt sofort in die ersten Minute wechseln. Ja, genau! Das natürlich immer mit Peter! Sehr schön! Macht's vorne! Ja, genau!